Guten Abend zusammen, Dominik Gizewski von CapTrader. Ich begrüße Sie zu meiner Lieblingsreihe hier bei CapTrader. Der große Marktausblick mit Mario Lüttemann, die One and Only. Und weil es schon 18 Uhr ist, diesmal gibt es hier keine große Ankündigung, aber Sie kennen ihn sowieso alle und letztes Mal habe ich ihn in die Verlegenheit gebracht. Aber Mario Lüttemann, also geben wir Gas. Jetzt geht es erstmal wieder um die Börse, denn wir haben eine spannende Phase. Ich glaube sowieso, dass wir eines der besten Trading-Jahre sehen werden, die wir in der Vergangenheit hatten, weil doch einiges ansteht mit US-Präsidentschaftswahl, Zinssenkungen, die wahrscheinlich kommen werden. Also ich denke, wir werden hier einiges dieses Jahr zu berichten haben und hier vor allen Dingen einiges auch an guten Gewinnen einfahren können. Perfekt, ja, dann legen wir los mit deinem Grundumschlag und danach gehen wir doch wieder in die Einzelwerte. So machen wir das. Wir machen einen kurzen Marktüberblick und dann könnt ihr eure Fragen stellen, entweder zu Einzelwerten oder allgemeiner Natur. Und ich werde dann mit Dominik zusammen dann die Fragen angehen und dann schauen wir, ob wir alles beantworten können. Gut, schauen wir auf den S&P 500 Index und da können wir schon sagen, der Markt ist zwar leicht schwach gestartet, das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Wenn wir uns das anschauen, das hier war der erste Handelstag, der ist eigentlich immer relativ wichtig für die Märkte. Das liegt einfach daran, dass institutionelle Anleger natürlich immer schauen, also die ganzen Fonds, Pensionskassen. Der Jahresabschluss war halt da und die bewerten ab dem ersten Tag wieder, wie ist der Markt. Und da hat man schon gesehen, die ersten Tage waren halt relativ schwach gewesen. Das heißt, es ist auch recht wenig Geld erstmal in die Märkte hineingeflossen. Jetzt, wo wir neue Hochs markiert haben, kommen die natürlich auch ein wenig unter Zugzwang, müssen auch ihre Baranteile runterfahren, dafür mehr in den Aktienmarkt hineingehen. Und das sieht man auch, dass viele Aktien eben in den letzten Tagen dann auch ganz gut durchgestartet sind. Die Volatilität ist auch zurückgegangen. Das erkennt ihr immer am VDAX New. Und hier sieht man einfach ganz klar, wir haben hier ein neues Hoch markiert. Wenn wir uns den Trend anschauen im S&P 500, wenn wir mal seit Anfang November schauen, das war ja wirklich eine richtig schöne Valley, die wir hier gesehen haben, wo wir eine ganz kurze Korrektur hier nur hatten. Dann hier nochmal hochgezogen, dann eben wie gesagt Anfang des Jahres hier die ausgedehnte Korrektur. Und jetzt ging es hier wieder nach oben und wir haben es am Montag auch schon im Screening-Prozess gesehen. Wir haben wirklich viele gute Werte im S&P. Noch besser wird es dann, wenn wir gleich auf den Nasdaq Index schauen. Da ist es auch so ähnliches Bild. Auch da ist der Markt hier sauber nach oben gelaufen. Seit Ende Oktober hier auch dieser gleiche Aufwärtsbewegung. Dann die entsprechende Korrektur nochmal ein neues Hoch markiert, eine Korrektur und wieder nach oben. Was besonders wichtig ist, darauf achten eigentlich viel zu wenig Trader, wenn solche Rückläufe kommen, die sollten möglichst nicht unter die alten Tiefs fallen. Das spricht halt für Stärke, weil hier wollen natürlich viele Leute kaufen und wenn der Markt nicht tiefer rutscht, gilt übrigens auch für Einzeltitel, dann spricht das für Stärke im Markt. So, und dann sehen wir hier auch eben diese Aufwärtsbewegung, die jetzt hier stattgefunden hat. Super, super stark. Wir haben es auch gestern ja schon im großen Marktausblick auch auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Also das ist gerade der stärkste Markt mit dem S&P 500. Deutlich, deutlich stärker als der deutsche Markt. Und das sieht man auch hier, hier gibt es nämlich keine neuen Hochs. Hier haben wir es tatsächlich so gehabt, dass wir im Dezember hier dieses Doppelhoch hier ausgebildet haben. Einmal hier dann nochmal ein höheres Hoch. Und was dann passiert ist, ist, dass es hier tatsächlich jetzt zu einem Korrekturtrend dann auch gekommen ist. Das heißt, es geht zwar jetzt nicht schnell bergab, aber man sieht schon, dass hier eine Korrekturschleife ist. Dass es hier, ja, ich sage mal, seit Anfang Dezember eigentlich gar nicht mehr so stark gewesen ist, was wir hier gesehen haben. Trotzdem, und das muss man auch klar sagen, wir haben seit Oktober hier eine richtig schöne Rallye von mehr als 15 Prozent gesehen. Ganz klar, die typische Herbstrallye, die wir ja auch alle umgesetzt haben, auch im Investmentbereich. Weil ihr kennt das ja, dass gerade das letzte Quartal das Beste ist. Und auch das hat wieder natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Statistisch gesehen sagt man ja immer so sieben Prozent im letzten Quartal. Und das war jetzt im letzten Jahr sogar noch deutlich, deutlich besser. So konnte man das auch im Trading viel mitnehmen. Wenn man es kurz zusammenfasst auf diese drei Indizes, kann man ganz klar sagen, die amerikanischen Märkte laufen einfach deutlich, deutlich besser, als das der deutsche Markt macht. Und das bleibt auch gar nicht aus. Wenn man sich mal die Probleme in Deutschland anschaut, dann sind die halt gravierend. Wir haben eine große Abwanderungswelle von Unternehmen, die überlegen, macht es überhaupt noch Sinn, in Deutschland zu produzieren. Da haben wir auf der einen Seite Bayer, die darüber nachdenken. Wir haben aber auch Energiekonzerne. Die große Probleme haben die Stahlindustrie, die Automobilindustrie. Ich habe jetzt gerade noch wieder einen Artikel gelesen. BMW immer noch große Probleme, angeblich mit den Abgasen, bei Dieselfahrzeugen und, und, und. Also es sind viele Herausforderungen, die wir haben. Ich will das auch gar nicht schwarz malen, aber das sorgt dafür, dass wir einfach nicht diese Bewegung bekommen, wenn wir das Wirtschaftswachstum anschauen in Deutschland. Wir sind auf dem letzten Platz der G20-Länder. Wir haben nämlich gar kein Wachstum. Das ist das Traurige, dass die alle anderen Länder Wachstum haben, aber wir nicht. Und das zeigt sich dann halt einfach im Chart. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man investieren möchte, wenn man traden möchte, macht es halt viel mehr Sinn, das auf der anderen Seite des Teiches zu machen, also sprich in den USA. Ja, da haben wir einfach viel, viel bessere Möglichkeiten. Kleiner Blick noch auf den MNUX. Auch hier sehen wir, dass wir richtig, richtig schwach unterwegs sind, dass wir noch meilenweit von den Ruchs entfernt sind. Also da macht es jetzt auch gar keinen Sinn, da jetzt großartig irgendwas zu suchen, um dann krampfhaft zu versuchen, da in den Markt hineinzugehen. Also man kann einfach sagen, es macht den meisten Sinn, im US-Markt unterwegs zu sein. Und das würde ich auch dann tatsächlich machen, weil das aus meiner Sicht eben doch die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass man da eben entsprechend gute Werte findet. Das sieht man auch. Ich habe hier mal den S&P 500 ganz kurz. Da gibt es so viele Werte, wenn man das mal ein bisschen sortiert, die wirklich gut aussehen. Man kann das hier wirklich sehr gut sehen. Die wirklich an den Hochs, man sieht das hier bei mir immer in grün gekennzeichnet, Werte, die wirklich extrem stark gelaufen sind. Ich will da nur mal ganz kurz drauf gehen. Also da seht ihr, die Aktien sind hier wirklich alle an den Hochs. Und da macht es viel mehr Sinn, in solchen Aktien aktiv zu sein als Trader, als eben in den schwachen Titeln. So und dann würde ich fast sagen, dann lasst uns auch einfach loslegen zu den Fragen, die ihr habt, ob allgemeiner Natur, was das Trading angeht oder wenn ihr einzelne Aktien habt, wo ihr sagt, die möchtet ihr gerne besprechen. Dann gehen wir die heute an und schauen uns einfach mal an, was habt ihr an Fragen. Und dann würde ich sagen, lasst uns die 50 Minuten mal sinnvoll nutzen. Ja, dann feuerfrei. Dann fangen wir doch direkt an mit LVMH. Was sagst du zu LVMH? Ist da ein bisschen zurückgekommen, der Wert? Das Problem ist bei mir nicht drin. Ich muss mal gerade in Tradingview gehen, da haben wir sie wahrscheinlich dann drin. Weil ich handel ja immer nur alles aus Deutschland und USA. Die MOHD, versuch doch mal MOHD, wenn du wüsstest, dann MOH und dann D, Punkt D. Nee, das ist, nee, noch was anderes, Punkt D. Nee, ich meine MOH, Punkt D. Punkt D. Dann machen wir das. Das sieht schon aus. Da ist es. Jawohl, jawohl. So. Ja, das ist wirklich zurückgekommen. Also klar, es ist ein Bereich, kennen wir alle, die Produkte. Wenn wir mal schauen, vom Hoch von 900 hier wirklich Richtung 650, 250 Euro nachgegeben. Das ist natürlich schon eine Menge. Also ich bin halt kein Freund davon, Long-Positionen aufzubauen in Aktien, die unterhalb des 200er EMAs sind. Als Investor kann man natürlich immer sagen, ja, ich finde das cool, Louis Vuitton, da wird ja nicht viel passieren, als wir jetzt im Urlaub waren, hier getränkemäßig war ich eher auf der Seite unterwies. Aber ihr seht, das bringt halt nichts. Also wenn man sich das langfristig anschaut, man kann das hier auch nochmal in einem längeren Chart dann auch ganz gut sehen. Also die Aktie ist halt mega, mega stark gelaufen in den letzten 15 Jahren. Nur es nützt halt nichts, im Moment sind wir halt im Korrekturmodus und wann der zu Ende ist, ist halt schwer zu sagen. Heißt also für mich ganz einfach bei der Beurteilung, alles unter der 200-Tage-Linie würde ich persönlich als Trader nicht anfassen. Okay, dann haben wir hier den Jörg. Der Jörg möchte, wir haben ja jetzt Wahlen dieses Jahr und der setzt wohl auf Trump. Trump und zwar fragt nach DWAC, das ist ja so ein Social-Media-Konzern, der mit Trump in Verbindung gebracht wird, DWAC. Was sagst du dazu? Ja, also wenn das die Wahl von Trump war, die Vorwahl, die wir gesehen haben, ja, da muss man sagen, das sieht erstmal richtig, richtig gut aus. Man muss allerdings sagen, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass die Aktie vorher kein Volumen hatte. So, also das ist ja jetzt ja wirklich erst in den letzten Tagen, also wenn wir hier mal auf das Handelsvolumen schauen, Null. Ja, also das ist wirklich schon krass, also 80.000, 100.000 Aktien, das ist ja eigentlich gar nichts. Auch hier 90.000, 100.000 Aktien mal einen Preis von 17. Wir reden ja also von einer Größenordnung von 1,5 Millionen Handelsvolumen am Tag. Ja, das ist jetzt gar nichts. Also jetzt hier die letzten Tage natürlich unfassbar nach oben geschossen. Wenn ihr in solchen Aktien drinne seid, ist das mega. Nur, wie will man da technisch einsteigen in so eine Aktie? Also die macht ja eine Tagesbewegung hier, wenn wir uns das anschauen, vom Hoch zum Tief von 20, 25 Prozent. Da kriegt er im Regelfall kaum eine vernünftige Positionsgröße, weil der Stop so groß ist, nur weil ein Tag schon so gelaufen ist. Also wenn man die im Stundenschart sich anzieht und man würde sagen, man würde über dem Hoch bei 50 einsteigen und müsste den Stop hier unten bei 40 setzen, dann habt ihr einen Stop von 10 Dollar. Also wenn ihr für 1.000 Euro kaufen wollt, könnt ihr 100 Aktien kaufen. Wenn ihr 100 Euro Stop habt, naja gut, dann kriegt ihr 10 Stück. Also das macht dann, was so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ja, wenn man darauf spekuliert, als Investment oder so, man muss halt wissen, was 100 Prozent gemacht hat, kann auch mal schnell 50 Prozent fallen. Dann haben wir, weil du meinst, der Kurs bewegt sich zu sehr. Der Peter fragt nach Linde und zwar wäre das lin.de. Das Ding bewegt sich ja fast gar nicht. Also es sieht ja aus wie so ein Dauer-Seitwärts-Verlauf. Ja, das hast du ja, 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 das ist ja oft so bei, also wenn man sich hier anschaut, was hier passiert ist bei Linde. Also die sind ja in die USA, weil ich das richtig im Kopf habe gegangen, also hier passiert gar nichts mehr kursmäßig bei Linde. Ich müsste schon ganz falsch gelesen haben, aber ich glaube, die haben hier gesagt, dass sie in die USA, glaube ich, verkauft wurden. Oder ich habe das, glaube ich, irgendwas in der Richtung gelesen. Also da ist gar nichts. Also da zu handeln macht, glaube ich, auch überhaupt keinen Sinn mehr. Da ist halt keine Volatilität mehr drin. In Linde würde ich auch nicht machen. Ich meine, da ist auch vorher nicht viel passiert. Irland, Irland, ich habe mal nachgeschaut. Ja, also da ist halt nicht wirklich viel. Also da wäre ich wahrscheinlich auch raus. So, dann der Thomas mit dem Klassiker Amazon. Was sagen wir denn zu Amazon? Ja, grundsätzlich ist Amazon immer eine Aktie, die profitiert eben vom vierten Quartal, wie man hier auch sehen kann. Das heißt also, das, was wir gesehen haben beim DAX, wo wir gesagt haben, naja, die hat vom Tief zum Hoch, hat der DAX da in dieser Zeit hier mal 16 Prozent gemacht. Dann haben wir hier das doppelte Fass. Das ist genau eben die Zeit, wo natürlich sehr viel geshoppt wird. Wir haben Thanksgiving in den USA. Wir haben Weihnachten bei uns in Deutschland. Dazu kommt noch der Black Friday. Also es macht schon Sinn, auch solche Aktien dann zu kaufen, wenn sie auch wirklich gefragt sind, wenn sie in sind. Weil jetzt sieht man ja, die Dynamik ist komplett raus. Wir haben hier jetzt nochmal ein neues Hoch gemacht. Das ist aber auch nicht wirklich umgesetzt worden, das Hoch. Es gab keinen Schlusskurs, der oben war. Wir haben nochmal einen Anlauf gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Dreifach-Hoch bekommen. Wenn das nicht nach oben weggekauft wird, dann werden wir, glaube ich, ganz schnell auch fallende Kurse hier Richtung 143 wieder sehen. Also wenn da jetzt nicht ein Ausbruch kommt, wird es ganz, ganz schwierig. Und die Frage, die kommt, ist berechtigt. Aber ihr müsst, glaube ich, unbedingt auf euren Screening-Prozess achten. Deswegen ist ja schön, dass ihr heute da seid, dass wir auch über solche Sachen sprechen können. Oft guckt man erst nach der Aktie, wenn die schon, so wie jetzt hier, 30, 40 Prozent gemacht hat. Und man das Haupt, deren Hauptgrund, warum die Aktie steigt, wenn die schon vorbei ist. Aber ich sage mal, das weiß ich, da kann ja jeder Blinde daran fühlen, dass das ja das geilste Geschäft ist, was hier passiert, wenn Black Friday ist. Also wir sehen das ja bei uns auch im eigenen Haus. Bei uns ist es so gewesen, dass wir durch Black Friday 100 Prozent mehr Umsatz machen, nur weil Black Friday ist. Ich möchte nicht wissen, wie das bei Amazon aussieht. Also finde ich jetzt im Moment nicht so ideal, weil einfach die beste Zeit, glaube ich, jetzt gerade vorbei ist und hier auch keine Dynamik mehr oben aufkommt. Und dann haben wir eine Frage, finde ich gut, hier von Rigo, eine allgemeine Frage, was so Trading angeht. Und zwar, hallo Mario, mit welcher Order gehst du in den Markt long rein in deine Aktie? Market Order oder Stop Limit Order? Also ich vermute mal Stop, oder? Ja, also es ist tatsächlich, dass ich so zu 85 Prozent tatsächlich mit entsprechenden Stop Limit Orders arbeite. Das heißt also, wenn ich beispielsweise hier so eine Aktie kaufen wollte und ich würde die jetzt am Hoch kaufen, was ich jetzt wie gesagt nicht machen würde bei Linde. Aber ich würde jetzt sagen, ich möchte jetzt die Aktie hier am Hoch kaufen. Dann macht es immer Sinn, das mit einer sogenannten Stop Limit Order zu machen. Das heißt, wenn der Kurs von unten nach oben durchschiebt, dann will ich halt dabei sein. Die zweite Variante, die ich noch benutze, ist eine Limit Order. Das heißt, wenn eine Aktie zurückkommt und ich möchte die an einer bestimmten Stelle kaufen, dann würde ich das zum Beispiel mit einer Limit Order machen. Kann man auch hier ganz gut sagen, wenn jetzt hier zum Beispiel der Ausbruch kommt. So, und das ist jetzt hier sehr dynamisch, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgegangen sind. Aber nehmen wir mal an, das würde so passieren, dass die Aktie hier noch sehr dynamisch nach oben läuft. Dann macht die nochmal am nächsten Tag nochmal so ein Ding. So, und jetzt kommt die am dritten Tag und jetzt macht nochmal den Rücklauf zur Ausbruchszone hin. Dann könnte es sein, dass ich hier zum Beispiel mit einer Limit Order dann stehe. Das heißt, die meisten Fälle hier oben eine Stop Limit Order oder hier eine Limit, eine Market Order. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Trading eine Market Order abgesetzt habe. Also könnte ich mich nicht daran sehen, dass ich das in den letzten 24 Monaten irgendwann mal gemacht habe. Ja, und weil wir schon drüber sprechen. Eine Zeit lang hatte ich ja immer nur Kunden von dir an der Strippe, die so Investment gemacht haben. Aber immer mehr, du kommst so back to the roots sozusagen, das Trading kommt immer mehr raus. Zeig doch mal deine Webseite, wenn man das und noch mehr lernen möchte, was ist denn das Programm bei dir, das Trading angeht. Ja, also wir haben tatsächlich am Wochenende eine Rendite Unlimited wieder. Also wenn ihr Lust habt, am Samstag und Sonntag Vormittag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Am Samstag machen wir Investment, wie schafft man Renditen als Investor von 20 Prozent. Wie das funktioniert, zeigen wir am Samstag und wie Trading funktioniert, wie wir das auch umsetzen. Viele praktische Beispiele auf das News Trading, das machen wir dann Sonntagmorgen. Könnt euch hier über den Button über meine Webseite anmelden. und kostet normalerweise 29,95, wenn ihr allerdings den Rabattcode benutzt, RU100, RU100, seid ihr kostenfrei mit dabei. Ihr solltet euch am besten heute anmelden, wenn ihr mit dabei sein möchtet. Wir haben nämlich schon 2.300 Anmeldungen und wir können nur 2.500 Teilnehmer mit reinnehmen. Also bitte nicht erst am Freitagabend probieren, weil dann wird wahrscheinlich nichts mehr gehen, weil wir nur eine Lizenz für 2.500 Teilnehmer haben. Mensch, das wusste ich gar nicht. Das ist ja ein Riesenangebot. Also die 29 sind ja schon geschenkt für die Zeit, die da verbringt. Ja, ist einfach so. Ist das live oder ist das aufgezeichnet? Nein, das ist immer live. Das ist immer live. Ja, wir machen Register Unlimited immer live, genauso wie unsere eigenen täglichen Mentorings von Montags bis Freitags. Die sind immer alle live. Ich finde das auch nicht cool mit diesen Aufzeichnungen. Natürlich, wenn jemand nicht kann, dann gibt es natürlich eine Aufzeichnung, klar. Aber wir machen immer diese Veranstaltung live, alle acht Wochen etwa. Okay, RU100. Jetzt klühen da die Geräte bei euch. Gehen wir rüber zum nächsten Wert. Der Herbert fragt nach Aussichten bei SMCI, also SMCI, Super Microcomputer. Die sind ja vor irgendwie letzte Woche irgendwie 30 Prozent oder so einmal nach oben gegangen. Wir sind hier richtig durch die Decke gegangen. Es gab ja einen positiven Artikel zu der Aktie. Macht jetzt eine Konsolidierung. Das ist auch unfassbar wichtig, diese Konsolidierung, die wir hier sehen. Jetzt ist wichtig, dass die Aktie sich hier tatsächlich oberhalb der 400er Marke auch hält. Dann ist alles easy. Die darf jetzt hier nicht mehr wieder zurückfallen. Also wenn jetzt hier unten wieder hinläuft, dann wäre das nicht so gut, weil ihr müsst euch überlegen, was das prozentual bedeutet. Wenn die von 480 wieder auf 360 fällt, das sind 120 Dollar, das sind 20, 25 Prozent. Das wäre nicht cool. Aber wenn die sich da oben stabilisiert, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und dann wird es auch tatsächlich Sinn machen, hier in so einen Wert als Trader einzusteigen. Als Investor, glaube ich, muss man schon ein bisschen früher drin gewesen sein. Aber als Trader denke ich, dass, wenn die Aktie sich da stabilisiert, hat man gute Chancen, da vielleicht einen guten Titel mitzubekommen. Sag mal, wie ist das eigentlich bei so einem, ich meine, das ist jetzt kein Gap-Up. Aber was sagst du generell zu Gap-Ups? Man sagt ja immer, irgendwann schließen die dann wieder. Das heißt, es geht wieder runter. Was ist so dein Erfahrungswert? Ja, da gibt es da tatsächlich eine Statistik sogar zu. 85 Prozent aller Gaps werden tatsächlich wieder geschlossen. Es steht nur nicht dran, in welchem Jahr. So, also das heißt, bei Gaps, die da sind und die auch sehr stark sind und nach oben gehen, kann es wirklich passieren, dass das ultra lange dauert, bis dieses Gap wieder geschlossen wird. Bei Gaps, die auf der Down-Seite passieren, die werden fast immer wieder geschlossen. Aber eben nicht sofort. Und das ist dann oft tatsächlich die Schwierigkeit. Ihr seht ja hier zum Beispiel, hat es ja auch einen Gap gegeben. Das fällt gar nicht so auf, ist aber ja riesig, weil der Schlusskurs war hier und der Eröffnungskurs war hier oben. Also, das sieht ja nur so aus, als wenn hier so eine kleine Lücke ist. Aber diese kleine Lücke sind halt hier, wenn wir mal rübergehen, um die 11 Prozent. So, das heißt, dieses Gap hier, wenn ich von ausgehen, wenn das berechtigt war, dieser Anspieg hier, das wird nicht so schnell geschlossen werden. Also, darauf zu spekulieren, Short zu gehen, ich glaube, da müsst ihr euch von sehr viel Geld verabschieden. Ja, Christian hat so eine leicht politische Frage und zwar, was ist mit Ölaktien? Ölaktien und jetzt vor allem im Hinblick auf den Trump-Sieg, der anscheinend für Christian bevorsteht. Ich denke mal auch, dass das eintreten wird. Aber was sagst du zu den Ölaktien? Oder zu Öl allgemein? Hast du eine Einschätzung für die nächsten Monate? Ja, das ist ja immer sehr spannend, weil im letzten Jahr haben ja alle geglaubt, dass Öl durch die Decke geht. Und wenn man sich mal den ETF beispielsweise anschaut auf Öl, da muss man ja mal ganz klar, oder das ist jetzt Gas, USO ist Öl. Wenn wir mal schauen, wir haben hier die Roos gehabt im Herbst. Bei gut 80 sind dann auf Anfang 60 runter, also 20 Prozent gefallen. Das ist schon unfassbar schweres zu handeln, dieser Bereich. Ich bin eher tatsächlich ein Short-Trader in Öl als ein Long-Trader. Warum? Zeigt sich schon, wenn man sich langfristig Öl anschaut, wenn man hier mal einen Monatschart im USO aufmacht, da sieht man hier, hier geht es eigentlich nur bergab. Das liegt an der Konstruktion des ETFs, deswegen handele ich den auch sehr gerne Short, weil die Konstruktion sorgt dafür, dass das Geld langfristig immer zu einem selber wieder zurückkommt. Wenn man auf Ölaktien geht, dann ist man natürlich am Ende tatsächlich immer darauf angewiesen, dass der Ölpreis auch steigt. Grundsätzlich machen natürlich Ölunternehmen auch Gewinne in ganz normalen Phasen, aber besonders gut läuft es natürlich tatsächlich, wenn der Ölpreis dann steigt. Wir haben jetzt Winter gehabt und da wird man ja auch davon ausgegangen, dass Öl jetzt auch massiv steigt, aber der Winter war nicht so kalt wie erwartet und deswegen ist es immer schwierig. Also ich würde wirklich immer darauf schauen, wenn ihr Ölaktien kauft, ob ihr einen sauberen Trend nach oben habt, ob da wirklich Dynamik in der Aktie drin ist, in der ihr seid. Ich bin kein Freund davon, tatsächlich Ölaktien aufgrund der Dividende zu kaufen, weil machen wir uns nichts vor, wir werden zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit viel, viel länger fossile Brennstoffe nutzen, als den meisten das lieb ist oder wie auch immer. Also ich werde wahrscheinlich noch ganz lange fossile Brennstoffe nutzen, weil ich auch entsprechende Autos fahre, aber das ist ja absehbar die Problematik. Das ist so ähnlich wie mit Zigarettenfirmen, die da unterwegs sind, da merkt man auch, das wird immer schwieriger werden. Also wenn man einen sauberen Aufwärtstrend hat, vor allen Dingen, wenn die Ölpreise steigen, finde ich, kann man das gut machen, genauso ähnlich wie bei Gas. Nur wenn wir keine sauberen Trends haben, dann darauf zu hoffen, dass irgendwann was kommt, muss man abwarten. Und ob die Bässe schon gelesen ist für Trump, muss man auch mal sehen. Also man muss auch sehen, also das Ergebnis war mega, was er eingefahren hat. Man muss aber auch sehen, dass nur ganz, ganz wenige Leute zur Wahl gegangen sind. Also man muss da auch die Kirche im Dorf lassen. Ich bin mal sehr gespannt, was kommt. Dann haben wir von Astrid eine Frage zu Eli Lilly und Novo Nordisk. Also Novo Nordisk wäre der Ticker NVO. Die haben ja diese Abnehmspritze, sprich Diabetes-Geschichte da auf den Markt gebracht. Das kam völlig überraschend, wie, glaube ich, die Entdeckung von Potenzbillen damals bei Pfizer. Ja, also wenn man sich das anschaut, hier hat man ja auch diese Gaps dann gesehen. Und man sieht auch hier, dieses Gap wurde auch nicht, ich greife das nur noch mal auf mit dem Gap, wurde ja auch nicht geschlossen. Das ist also hier dieses Riesengap, was hier dann entstanden ist in der Aktie von 14 Prozent. Das kann noch ewig dauern, bis das wieder geschlossen wird. Grundsätzlich, wenn man sich das anschaut, ich bin ja immer ein Freund davon, Long-Aktien zu kaufen, wenn man halt oberhalb der 200-Tage-Linie ist. Und wenn man sich auch mal den Trend anschaut, der Markt geht hier halt super trendy nach oben. Spricht also immer viel dafür, grundsätzlich solche Aktien zu kaufen, die trendmäßig so laufen. Grundsätzlich ist das aber eine Aktie, die ich eigentlich nie am Hoch kaufen würde. Warum? Weil, wenn ihr euch das mal genauer anschaut, die Aktie macht zwar immer schön neue Ruhs, aber die läuft halt auch unfassbar stark jedes Mal wieder zurück in die Korrektur. Das heißt, aus meiner Sicht macht es hier bei dieser Aktie viel, viel mehr Sinn, wenn man die jetzt haben möchte, die in der Korrektur zu kaufen. Das sind dann diese sogenannten Limit-Orders, von der ich vorhin gesprochen habe, was ich nur zu 10, 15 Prozent mache. Die meisten sind ja Stop-Limite, wenn der Markt nach oben wegzieht. Aber hier sieht man, bei der Aktie macht das halt überhaupt gar keinen Sinn. Also hier würde ich immer eher im Rücklauf aktiv werden und dann wieder den Weg nach oben mitnehmen, weil das bringt auf jeden Fall immer im Regelfall 10 Prozent, die man immer mal mitnehmen kann. Weil es so passt, Potenzpille, Diabetes-Abnehmpille, was sagst du zu der Katerpille? Das wäre der Ticker Schott, S-H-U-T. Die haben ja so ein Mittel gemacht, wo man dann direkt sich eine Pille einwirft und dann hat man keinen Kater am nächsten Morgen. S-H-U-T. Und sägt den Blutalkoholspiegel. Also für alle Alkoholiker interessant wahrscheinlich. Ja, also wenn das diese Aktie sein sollte, würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich in 100 Jahren nicht anfassen. So alt kann ich, glaube ich, gar nicht werden. Warum? Auch einfach gesagt, ich mag erstens nicht, wenn eine Aktie vom Hoch zum Tief zwei Drittel an Wert aufgibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Aktie ist für meinen Geschmack viel zu billig. Ich kaufe also keine Aktien, die nominal so günstig sind. Im besten Falle würde ich solche Aktien shorten, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist bei Aktien, die so billig sind, dass irgendwas im Busch ist, was wir noch nicht kennen. Also ich habe überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht mit Aktien, die unter fünf Dollar sind. Also short ja, aber long eigentlich nie. Also wir merken, das Trainingsprogramm Mario Lüttemann präsentiert der beste Weg zum Erfolg mit Penny Stocks. Den wird es zu deinen Lebzeiten dann wohl nicht mehr geben. Nein, die wird es nicht geben. Also ich meine, die meisten haben ja schon Glück, dass ich tatsächlich nicht wie ursprünglich gedacht dieses Jahr oder nächstes Jahr schon in Ruhestand gehe. Nicht, weil es nicht so gut läuft, sondern weil unser Sohn die Firma übernimmt. Der ist ja vor zwei Jahren eingestiegen und wir uns dann jetzt darauf geeinigt haben, dass ich das wahrscheinlich dann noch drei, vier Jahre mit weitermache. Also von daher, ja, aber ich finde 60 ist dann auch ein gutes Alter, um dann irgendwann zu sagen, so jetzt bleibt man eben nicht mehr 15 Wochen im Jahr im Süden, sondern immer, wenn schlechtes Wetter in Deutschland ist. Ja, du machst viel zu wenig so Instagram-Werbung, so Mario vor dem Lambo, Mario in Dubai, Mario im Süden. Das macht den Leuten ja mal Lust auf Trading lernen und Aktien. Ja, dann schaut euch das bei anderen an. Also ich würde keine Werbung mit einem Lambo machen, weil ich selber keinen Lambo fahre. So und natürlich, wenn ich jetzt im Sommer meinen neuen Porsche bekomme, will ich dann wahrscheinlich auch mal ein Foto zu machen. Aber das war es dann auch. Also ich finde das immer übertrieben. Also warum muss man das tun? Also ich stelle mir immer die Frage, warum machen die denn das? Leihen sich für einen Tag für, keine Ahnung, für 2000 Euro so ein Lambo und machen dann solche Werbung. Also welche Kunden ziehst du auch dadurch an? Also weiß ich nicht. Aber ist auch nicht meine Baustelle. Also wirst du bei mir nicht sehen. Okay, dann bin ich gespannt auf dein Foto mit dem Porsche. Aber vorher gehen wir zu Doreen und die fragt nach Netflix. Das wäre NFLX. NFLX. Ja, haben wir heute tatsächlich auch schon bei uns ein paar Mal die Aktie gehabt. Tatsächlich, ja, weil die Aktie hier ein schönes großes Gap gemacht hat, Nachrichten getrieben. Netflix hat ja gesagt, die möchte diese Schwarz sehr auslöschen bzw. in Abos bringen. Das hat natürlich hier einen Riesensprung gemacht. Netflix hat ja, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, sehr gelitten. Hier sieht man ja auch ganz krass, weil sie plötzlich nicht mehr in Russland verkaufen durften. Das war jetzt nicht so cool für Netflix. Das holen die jetzt aber wieder auf. Man sieht das ja, wenn man jetzt den Wochenchart schaut. Also die Aktie ist ja von 150 jetzt schon wieder auf 450 und höher. Also hat sie wirklich verdreifacht. Haben auch einen großen Teil mitgenommen. Ich bin selber auch Abonnent bei Netflix, weil ich es einfach cool finde. Ich mag einfach ehrlich gesagt nicht öffentlich-rechtlich schauen. Mich nervt das einfach unfassbar. Werbung und dass man immer nur noch Wiederholungen sieht. Hier kann ich gucken, wann ich will. Aber jetzt rein Trading-technisch muss man ganz klar sagen, da ist die Dynamik raus im Moment. Also natürlich kann man hier handeln. Man sieht ja auch, die Aktie macht auch neue Hochs. Hier einmal, zweimal, dreimal. Aber das ist ja nicht dynamisch, was wir hier sehen. Also da passiert ja gerade gar nichts. Und ich bin immer ein Freund davon, Aktien zu handeln, die Dynamik aufbauen, wo hohes Momentum ist, wo das Geld sehr schnell zu uns kommt. Weil es ist ja immer so die Frage, was willst du als Trader verdienen? Willst du 20, 30 Prozent im Jahr machen? Dann kannst du solche Aktien kaufen. Wenn du sagst, naja, ich möchte gerne im Idealfall 2 Prozent pro Woche machen. Und das mit einem ganz geringen zeitlichen Aufwand. Dann bist du halt gezwungen, dynamische Aktien zu nehmen. Das heißt, wo hohes Momentum drin ist. Und dafür ist mir die Aktie einfach zu lahm. Dann sind mir solche Aktien tatsächlich wie Nvidia lieber, die dann in 14 Tagen 15 Prozent und mehr machen. Ja, welche Lieblingsserie hast du denn gerade? Was schaust du denn gerade bei Netflix? Jetzt muss ich nur das wissen. Also ich gucke wirklich unfassbar viele Serien. Im Moment gucke ich, glaube ich, gerade zum zweiten Mal wieder mal Suits. Ich finde das einfach eine super Anwaltsserie. Also ich gucke, ich glaube, fast querbeet von Anwaltsserien angefangen über sowas wie Games of Thrones bis hin zu spannenden Mafia-Serien. Eigentlich fast alles. Und natürlich solche Sendungen, die bei Skyler auch wie Billions oder so. Also alles, was mit Börse zu tun hat. Also das finde ich, das ist eine der besten Börsenserien, die ich kenne. Ja, bei Billions habe ich dich auch gerade verortet. Also ich wollte schon fragen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Aber was Netflix angeht, das Ding ist ja riesig. Ich schaue gerade 213 Milliarden an Bewertungen. Und du sagst ja auch, man sieht ja auch im Schatten, da ist ja null schwer übertrieben, aber wenig Dynamik. Das ist jetzt nicht so ein Wert, der Bernd meinte, er ist jetzt 9,50 mit 60 in Rente. Das wäre schön. Also wenn man in Rente gehen möchte mit Trading, das ist glaube ich kein Wert dafür. Es ist echt wichtig, was für eine Bewegung brauchst du denn eigentlich bei Werten, damit du sagst, okay, das ist wert, dass man da ein bisschen rumtrailt. Ja, also mir ist es wirklich immer lebendig. Ich nehme wirklich mal jetzt mal Nummer, damit ihr mal ein Beispiel habt, NFLX. Das ist ja Netflix, sondern ich habe gesagt, NVIDIA, NVDA. Das würde ich immer als Musterbeispiel nehmen, weil das ist das, was ich suche. NVIDIA ist eine ganze Zeit lang seitwärts gelaufen. Die ist übrigens im letzten Jahr, guck dir das mal an. Also wir sind hier eingestiegen in NVIDIA bei knapp unter 270 und dann diese Aufwärtsbewegung hier mitgenommen, bevor wir dann hier am Ende des Tages dann irgendwann rausgeflogen sind. So, und jetzt ist die Aktie hier im Prinzip ein ganzes Quartal seitwärts gelaufen. Also die hat hier so eine sogenannte Schiebezone ausgebildet. Das ist ja ein bisschen schon bei uns im Ausbildungsbereich drin, aber die sind wirklich nur seitwärts gelaufen. Und wenn dann der Ausbruch kommt, dann seht ihr, was passiert. Dann marschiert die hier 19 Prozent nach oben. Und das sind Aktien, sowas suchen wir halt. Und dann kannst du auch mal innerhalb einer Woche richtig, richtig eincashen. Und das macht halt Spaß. Und sowas suche ich. So, dann haben wir eine Aktie von Pavel und zwar CSX, der Ticker, CSX. Also CSX Transportation nennt sich das, so eine Bahnfirma aus den Oststaaten. Also, okay, der Chart sieht schon gut aus. Ich wollte schon sagen, das wird wohl eine langweilige Aktie sein, aber letztes Jahr sieht gut aus. Also ich wollte gerade sagen, also wenn man hier schaut, von Oktober an ist die Aktie wirklich hier auch schön nach oben gelaufen. Wobei man darf hier wirklich, das ist oft so eine Einstellungssache. Also wenn du so schaust, dann sieht das alles megamäßig aus. Wenn man ein bisschen genauer schaut, sieht man, aha, das sind also dann auch nur wieder irgendwie 15, 16, 17 Prozent. Also das, was der Markt auch gemacht hat. Bis hier oben sind es 20. Aber hier geht es auch nur seitwärts. So, und hier gibt es eben zwei Seitwärtsphasen, die einem Trader normalerweise auf Anhieb auffallen sollten. Das ist einmal diese hier, diese kurzfristige Korrekturphase. Das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn wir hier ein bisschen rüber gehen, dann sehen wir, dass wir hier tatsächlich ganz, ganz lange hier uns in diesem Bereich hier aufgehalten haben. Also das heißt, wenn der Markt hier hochläuft, werden wir sehr schnell hier tatsächlich in den oberen Bereich vorschießen, Richtung 38, 39 und dann wird die Aktie wieder ein Problem bekommen, weil die eben hier alten Hochs hat. Aber der Ausbruch hier rüber kann wirklich spannend werden. Ich würde hier drinnen nicht kaufen. Aber wenn es dann zum Ausbruch kommt, das sind diese sogenannten Stop-by-Limit-Orders, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Sinn ergibt. Der Axel fragt, wie ist denn grob die Agenda von Webinar Rendite Unlimited? Das ist, ob das auf Beginn ausgerichtet ist. Also ich habe mir gerade, das habe ich mir gegeben, also RU100, 100 Prozent Nachlass. Ich schaue mir, was der Altmeister zu bieten hat am Samstag. Also ich bin dabei. Der Axel fragt, also was ist die Agenda, Mario? Okay, also in einer Minute zusammengefasst. Wir werden am Samstag über Investment sprechen. Die erste halbe Stunde immer, warum man investieren soll, weil es gibt tatsächlich immer noch Menschen, ich bin immer ganz erschrocken, die dann nicht mehr wissen, warum sie investieren müssen. Ich sage einfach nur einmal das Beispiel Rente und Altersarmut. Und da einfach ein Beispiel, was wahrscheinlich die meisten schockieren wird. Es gibt einfach jeden Monat mehr Menschen, die in Rente gehen, als die, die als Beitragszahler nachkommen. Also nochmal, jeden Monat gibt es mehr Rentner, Menschen, die in Rente gehen, neu in Rente gehen, als Beitragszahler dazukommen. Also unser Rentensystem steht vor dem Kollaps. Da sind sich auch alle Experten einig. Und die Durchschnittsrente liegt bei 1.500 Euro brutto, also bei um die 1.000 Euro knapp runter netto. Da sollte jedem klar sein, da muss man was tun. Also das erwähnen wir die erste 20 Minuten, 25 Minuten drüber. Und dann gehen wir in den Bereich hinein, welche Möglichkeiten gibt es denn als Investor? Viele Sachen kennt ihr ja auch vielleicht mit normalen Anlagen. Und dann, wie schafft man es 15, 20 Prozent und mehr Rendite zu bringen? Und da bringen wir halt praktische Beispiele. Und im Trading, da geht es darum, wie schaffst du es als Trader kontinuierlich, hohe Renditen zu erzielen? Also wir haben das Ziel mit unseren Kunden, ein bis zwei Prozent pro Woche an Performance zu machen. Kann sich jeder ausrechnen, was das aufs Jahr bedeutet. Ihr findet auch auf meiner Webseite da auch einiges zu, wie wir das auch machen. Und dann zeige ich euch viele Trades, wie das auch mit News Trades beispielsweise funktioniert. Also das ist mega spannend. Und wie gesagt, wir haben über 2.300 Anmeldungen alleine jetzt für das kommende Wochenende. Wenn ihr mit dabei sein wollt, nutzt es einfach aus. Also kriegt einen guten Einblick in unsere Mentoring-Arbeit. Dann der Daniel, machen wir direkt einen Sprung mal zu Richtung Rohstoffe, Platin. Was sagst du denn zu Platin? Ja, Platin ist super angelaufen im Herbst. Wir haben ja Kurse gesehen bei Platin hier unten, wo es so eine Bodenbildung gab in Platin. Das liegt einfach daran, weil das hier unten auch der Bereich ist, wo die Erstellungskosten sind. Also man muss ja bei denen wissen, dass bei Rohstoffen wie Platin, Silber gibt es ja immer Preise, wo das Zeugs aus der Erde geholt wird. Oder wenn man hier in die Vergangenheit reingeht, sieht man, dass es immer hier dieser Bereich gewesen ist, wo der Markt eigentlich immer stehen geblieben ist. Das war hier auch. Dann gab es hier diese schöne Valley. Verwunderlich ist eigentlich, dass der Markt hier wieder zusammengebrochen ist. Ist aber nicht nur bei Platin so, ist tatsächlich auch bei Silber so gewesen. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Rohstoffen insgesamt. Wir haben gesehen, dass Öl gefallen ist, dass Gas gefallen ist, Platin und Silber auch. Sehr ungewöhnlich, auch für die Jahreszeit, weil natürlich auch Industriemetalle eigentlich zum Jahresanfang sehr viel gekauft werden. Jetzt muss man schauen, ob der Boden hält. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, weil wir in der Vergangenheit immer hier gehalten haben. Aber wir haben ja auch gesehen, Zinsen sind auch früher nie unter Null gefallen und sind es dann auch irgendwann mal, auch wenn nur kurzfristig. Aber ja, also ist kein dynamischer Aufwärtstrend im Moment. Wir haben ja schon gesagt, unterhalb der 200-Tage-Linie spricht eigentlich immer wenig Füllung. Einziger Vorteil ist, dass wir hier ziemlich weit am Boden, zumindest aus der Vergangenheit sind. Und dann eine Frage von Christian, wo ich dachte, okay, das ist jetzt die falsche Frage. Ist das jetzt eine Filmfrage? Der fragt zu den glorreichen Sieben. Ist das jetzt nicht der Film aus den 60ern? Nee, ich muss da kurz kugeln. Magnificent Seven, wie ist deine Aussicht da? Und zwar sind das die Aktien Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Also eigentlich eine Grundeinschätzung, was sagt es zu den Technologieträten. Vielleicht nehmen wir Microsoft raus. Ja, also Microsoft ist ja zwischenzeitlich ziemlich wertvoll geworden, habe ich gelesen. Und ich sage mal so, grundsätzlich bei diesen Titeln muss man einfach sagen, also die sind letztes Jahr megamäßig gelaufen. Also der Nasdaq wäre ja niemals so stark gewesen, wenn wir die sieben Titel rausgenommen hätten. Weil viele Aktien haben ja gar keine Jahreshochs gemacht. Die meisten Aktien haben nicht mehr geschafft, die 200-Tage-Linie zu nehmen. Da muss man ganz klar sagen, diese sieben Titel haben den Markt nach oben gebracht. Warum? Weil KI das entsprechende Thema im letzten Jahr war. Fonds, Pensionskassen, die können auch nicht in kleine Titel reingehen. Das ist so ähnlich wie mit Warren Buffett. Der kann eben nicht mal eben sagen, ich nehme jetzt einfach mal so einen kleinen Nebenwert. Da steige ich jetzt ein. Weil damit würde den Kurs einfach nach oben wegziehen. Das heißt, die können nur in diese großen Titel reingehen. So, und die Frage ist jetzt, wie sieht es 2024 aus? Und wir haben da eine ganz klare Meinung. Ich gehe davon aus, dass die großen Titel tatsächlich auch wieder die sein werden, die den Markt nach oben treiben. Schon alleine, weil Fonds immer wieder gezwungen sind, diese Titel zu kaufen. Solange auch bei ETFs Anleger in ETFs reingehen, in den Nasdaq. Da müssen sie tatsächlich aufgrund der Ruhengewichtung genau in diese Titel reingehen. Ein einziges Problem kann werden, wenn es tatsächlich allgemein zu einer Schwäche im Markt kommt. Rezession, dass die Zinssenkungen nicht so positiv aufgenommen werden, weil sie vielleicht nicht schnell genug kommen. Oder weil der falsche Präsident vorne liegt. Also all solche Dinge könnten Einfluss auf den Markt haben. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass die glorreichen Sieben des letzten Jahres auch in diesem Jahr die Gewinne erwerben werden. Okay, also volle Kraft in Richtung Technologietiteljahr. Neuer hoch sozusagen vielleicht oder denkst du nicht? Microsoft? Also ich glaube, dass wir ein sehr unruhiges Jahr kriegen werden. Tatsächlich, weil das ist sehr häufig im Präsidentschaftswahl, ja, dass es ein schwieriges Jahr oft wird. Die Zentralbanken in den USA haben immer in Wahljahren sich sehr stark zurückgehalten. Das heißt, es muss schon wirklich viel passieren, dass die Zentralbanken hier massiv Zinsen senken werden. Ich glaube, da wird nicht so viel passieren, wie die meisten glauben. Ich denke, zwei, drei Zinsenkungen zum Jahresende hin, ja, ich sehe das nicht in den ersten zwei Quartalen, dass da wirklich was passiert. Und wie gesagt, das könnte Druck auf den Aktienmarkt geben. Deswegen glaube ich, dass wir ein sehr starkes Traderjahr sehen werden, weil Volatilität ist ja genau das, was wir eigentlich suchen. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen, was kommt. Also ich glaube, dass das nächste Jahr deutlich besser laufen wird als dieses. Ja, Volatilität ist ja gut für Trading. Jetzt, wenn du schon Volatilität glaubst, hast du dich denn eingedeckt mit WIX-Call-Optionen? Ja, nee, 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 nee. Ich bin tatsächlich short im WIX. Ich habe den WIX-Future, den großen, mehrere Kontrakte short laufen. Bin auch x-tausend Euro vorne mit, weil das macht einfach Sinn. Also man muss das ganz klar sagen. Also es macht einfach unfassbar viel Sinn, Volatilität short zu handeln. Man braucht dafür ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, das darf auch nicht jeder handeln, wenn ich das so eure Richtlinien kenne. Aber grundsätzlich macht es einfach unfassbar viel Sinn, sich Volatilität einfach genauer anzuschauen. Also wir haben ja früher bis vorletztes Jahr auch eigene Seminare zu dem Thema gemacht. Viele, die das in ETFs umgesetzt haben. Mit ETFs ist es ja zwischenzeitlich ein bisschen schwieriger, was die Besteuerung in den USA angeht. Aber mit dem Future kann man das auf jeden Fall auch sehr gut umsetzen. Ja, spannendes Thema für einen anderen Tag. Jetzt wechseln wir mal wieder mal das mit hier. Hier der Thomas fragt nach AGCO. AGCO. Das ist eine Agrarfirma mit, ich glaube, Agrarmaschinerie etc. Ich finde ja Agrarsektor persönlich spannend, auch wenn Zucker und so zurückgekommen ist. Aber was sagst du denn zu Agrarsektor insgesamt und zu dieser Aktie? Naja, ich sag mal, wenn wir bei der Aktie starten wollen, wäre ich eher ängstlich, ehrlich gesagt. Also wenn wir uns das anschauen, die Aktie hier. Ich habe jetzt schon den Chart schon länger aufgedreht, weil man sieht ja hier, ich habe ja gesagt, unter der 200-Tage-Linie werdet ihr mit mir hier keinen Start machen. Ich kaufe keine gefallenen Engel oder so, weil da kann man mal Glück haben und wirklich mal 50% mitnehmen. Aber das ist für mich so, wie ich sitze im Casino und setze auf eine Zahl. Ja, ich kaufe lieber das Casino und bin die Bank. So, weil da weiß ich, dass langfristig das Geld zu mir kommt. Ich bin also nicht der Zocker-Typ. Also wenn ihr jemanden sucht, der 100% in einer Woche macht, dann bin ich da sicherlich der Falsche. Mir reicht es, wenn ich 1-2% pro Woche mache. Also ich bin lieber die Spielbank. Ich handel halt keine Werte, die unterhalb des 200 sind. Und wenn wir mal schauen, die Aktie hier läuft wirklich seit Monaten ja eigentlich hier in dieser Range. Ihr seht hier, ohne dass ich jetzt charttechnisch hier groß was mache. Ich habe hier ja mal so eine charttechnische Ausbildung gemacht vor gefühlten 20 Jahren. Aber ihr seht hier, hier gibt es keine steigenden Hochs oder irgendwas. Hier fällt eigentlich alles ab und hier unten geht es seitwärts bei der 110. Also hier sieht nichts, aber wirklich absolut gar nichts danach aus, dass die Aktie hier irgendwie irgendwelche Stärke aufbaut. Wenn man das als Investment macht und man, keine Ahnung, gefühlte 10% Dividende kriegt, ja wegen meiner. Aber ansonsten als Trading-Position würde ich es nicht handeln. Ansonsten Agrar brauchen wir ganz klar. Ich war auch überrascht, dass so viele davon überrascht waren, dass so viele Bauern auf die Straße gegangen sind. Mich hat das überhaupt nicht überrascht. Wenn ich Landwirt wäre, hätte ich wahrscheinlich auch schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Weil wie kann es sein, dass wir für Nahrungsmittel oder auch Bauern für Nahrungsmittel weniger bekommen, als tatsächlich die Erstellung oder der ganze Bereich kostet. Bei Milch ist das ja ganz krass. Also ich finde dieses ganze Subventionssystem so katastrophal. Und ich denke, das muss man einfach auch mal aufräumen. Ja, ich habe irgendwie im Zuge dieser ganzen Proteste, habe ich mal so einen Report gesehen, dass angeblich der Preis vom Liter Milch irgendwie nahezu unverändert ist zu dem, was die Bauern kriegen in den 70ern und 80ern. Ja. Bei der ganzen Inflation, also Wahnsinn. Aber wenn wir schon bei Agrarprodukten sind, tut mir einen Gefallen. Was ist denn mit Zuckerfuture? Das wäre der Ticker SB. Was sagst du zu SB? Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich den hier drauf habe. Ich muss wahrscheinlich bei, ja, ich habe mir schon gedacht, da muss ich bei, kein Problem, ist kein Problem. Wir kommen hier bei Tradingview Crew. Da hoffe ich, dass ich den drin habe. Weil ich handel tatsächlich kein Zucker. So, Zuckerfuture, vielleicht ist er hier drin. Ja, da haben wir ihn. Haben wir auch als Tageschart. So, hier ist die 200-Tage-Linie. Also, daran seht ihr schon, es gibt schon Gründe, warum ich nicht so der große Rohstoffhändler bin. Weil in der Aktie habe ich halt eine viel bessere Auswahl. Was für hier auf jeden Fall spricht, ist, dass der Future hier erstmal stark nach oben gekommen ist, wenn man sich das anschaut hier. Viele grüne Kerzen, das spricht immer dafür, dass viel Druck im Markt ist, in diesem Falle nach oben, so grundsätzlich. Wo ich mich aber überhaupt nicht mit auskenne, tatsächlich bei Rohstoffen ist, sind die jetzt gerade in Contango, sind die in Backwardation, die Futures. Das muss man unbedingt wissen, wenn man Rohstoffe handelt. Das ist so ähnlich wie bei Volatilität. Wenn ihr da nicht wisst, ob die Devix-Future in Contango oder Backwardation ist, dann seid ihr schon zweiter Sieger, weil die Profis genau das nutzen, diese Rollgewinne und Rollverluste, die da entstehen können. Wenn es eine Aktie wäre, würde ich sagen, nein, handele ich nicht, weil wir heute in der 200-Tage-Linie sind. Aber ist ja nah dran. Die Adel Gunde hat eine Frage. Was ist das mindeste CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, auf das man achten sollte? Also was sagst du das? Was ist das Minimum, wo du Interesse hast? Also grundsätzlich kann man das CRV ja erstmal rechnen, nachdem man in den Trade reingegangen ist oder ausgestiegen ist. Dann weiß man erst, wie groß das CRV war. Mein Ziel ist es immer, mindestens ein CRV von 2 zu erreichen. Das heißt, wenn ich ein Risiko von 2.000 Euro fahre, möchte ich mindestens 4.000 Euro mit der Position an Gewinn machen. Sonst brauche ich dieses Risiko nicht einzugehen. Das kannst du auch mit jeder anderen Zahl machen. Wenn du 50 Euro riskierst, musst du mindestens 100 machen. Warum ist da reine mathematische Geschichte? Bei einer 50-prozentigen Trefferquote machen wir es mal ganz einfach. Das ist so, als wenn du eine Münze hochwirfst und Kopf oder Zahl hast. Das solltest du ja mindestens beim Trading auch haben. Also selbst wenn du jetzt wirklich richtig schlecht bist, dann kannst du natürlich auch drunter sein. Aber normalerweise sagt man ja so 50 Prozent, das kriegen die meisten hin. Das bedeutet, einmal gewinnen, einmal verlieren. So, du gewinnst einmal 100 Euro. Wenn du jetzt verlierst, verlierst du auch 100 Euro. Wenn du ein CRV von 1 zu 2 hast, heißt das aber, du gewinnst einmal 200 Euro, verlierst einmal 100, bleiben 100 Euro über. Ein bisschen davon kriegt CapTrader, weil die nehmen ja auch 2 Euro Gebühren. Aber dann bleiben immer noch 96 Euro für dich über. Und dann ist die Sache erledigt. Also deswegen CRV 2 ist schon gut. Dann reicht es auch aus, wenn du 45 Prozent Trefferquote hast. Bei 40 Prozent wird es dann schon knapp. Aber würde auch immer noch funktionieren. Der Daniel fragt, hallo Mario, wie findest du CRWD, also CrowdStrike CRWD? Ich glaube Cyber Security, irgendwie Sicherheit ist das so. Eine Technologiefirma, wenn du das so recht entlangstellt hast. Ui, die geht aber ab. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die bei uns auf der Watchlist haben, im Rahmen des Screening-Dienstes. Ja, genau solche Aktien suchen wir. Also das ist genau das, was wir bei uns auch suchen, was wir unbedingt haben wollen. Aktien, die wir auch kaufen. Weil hier ist Dynamik, man kann das hier auch ganz gut sehen. Wir suchen halt Aktien, die hier nach oben laufen. Jetzt kam es hier noch einen Gap. Dann gab es hier ein hohes Umsatzvolumen. Und dann müssen wir als Trader eigentlich die Aktie dann auch aufnehmen. und steigen dann ein. Und dann nimmt man halt, den Anfang kriegst du halt nie mit. Aber dann ab hier hast du ja auch noch schön 30 Prozent gemacht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was wäre denn so dagegen? PLTR, Palantir, PLTR ist so, glaube ich, gleiches Metier. Aber der Chart sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ja, genau. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn man das jetzt mal gegenüberstellt. Das ist zum Beispiel eine Aktie, die wir niemals anfassen würden. Also du würdest keinen unserer Kunden finden, der so einer Aktie handelt. Weil einfach viel, viel, viel zu schwach. Und wenn man sich das mal anschaut, auch hier, was macht die Aktie? Die läuft halt seitwärts. So, und es muss natürlich auch Menschen geben, die diese Aktie kaufen. Also ganz außer Frage. Ihr kennt ja, wenn ihr mal bei den verschiedenen Brokern auf die Seiten geht, ich weiß nicht, wie die aktuelle Zahl bei euch ist, aber bei den meisten Brokern liegt ja so bei 70, 80 Prozent der Trader, die Schwierigkeiten haben, über die Nulllinie zu kommen. Das liegt, wenn man an solchen Aktien hängt als Trader. Die Iris fragt, hallo Mario, ich komme leider erst jetzt von der Arbeit. Gibt es eine Aufzeichnung vom Webinar? Jawohl, Iris gibt es. Die Trading & Börsen Academy, unser Webinar, YouTube-Kanal. Schreiben Sie uns an, wenn Sie es nicht finden, aber sollte eigentlich leicht sein. Habt ihr Western Digital besprochen und ist dafür noch Zeit? Dann machen wir doch direkt. WDC, Mario, WDC. Machen wir. Auch hier so eine typische Aktie, die normalerweise immer bei einem Trader oder bei einer Traderin dann tatsächlich auf den Zettel muss. Warum? Weil die Aktie hier den Ausbruch gemacht hat über das Hoch. Dann gab es hier das Gap. Ruhes Handelsvolumen mit dem Sprung nach oben. Und das sind eigentlich genau die Titel, die man immer im Fokus haben muss. Also deutlich, deutlich besser. Wie ihr sehr einfachen Screening-Prozess, das ist ja das, was wir wirklich jede Woche zweimal machen mit unseren Kunden. Nehmen wir es, schaut euch die Aktie an und schaut euch die Aktie an. Wo ist mehr Dynamik? Welche möchtet ihr lieber haben im Portfolio? So kann man es wirklich sehr, sehr einfach gegenüberstellen. Ihr wollt Gewinner haben, weil ihr selber Gewinner seid und auch Geld verdienen wollt. Und wenn ihr eben in Aktien seid, die nicht laufen, dann seid ihr halt meistens leider, leider, wenn ihr Long handelt, auf der Verliererseite. Und so einfach ist diese Wahrheit an der Börse. Ihr müsst halt Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Amen. So, der Jens fragt. Der Jens interessiert sich für deine Trading-Seminare und Webinare. Der Code geht auch für Sonntag? Das würde mich mehr interessieren. Was hast du da am Sonntag? Sonntag ist Trading. Trading, da sprechen wir auch darüber, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat, weil die Frage immer wieder kommt, wird Trading oder auch Investment noch in fünf oder zehn Jahren funktionieren? Ich mache das jetzt seit knapp 30 Jahren, hauptberuflich. Der Markt hat sich natürlich verändert, ist einfach schneller geworden und jeder Privatanleger hat heute Zugang zu den Märkten. Aber wir schauen uns da vor allen Dingen an, wie du Trades umsetzen sollst. Also im Idealfall vor allen Dingen, wie findest du die richtigen Aktien? Wie kannst du Nachrichten richtig für dich nutzen? Was sind so diese Trades, wo du Geld fast geschenkt bekommst? Es gibt sehr wenig von diesen Trades, wo du kaum Risiken hast, aber die gibt es halt. Und wenn du die umsetzt, kannst du halt sehr schnell ganz viel Geld verdienen. Ich sage ein einfaches Beispiel. Wenn die deutsche Bundesregierung sich wieder mal überlegt, in eine Aktie einzusteigen, dann ist das wie ein Free Lunch. Dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du 20, 30 Prozent in wenigen Tagen einfach als Gewinn mitnehmen kannst. Wie man das macht, zeigen wir am Sonntag. Ja, perfekt. Der Peter fragt nach Royal Caribbean Cruises, also RCL. Hast du vor Corona überhaupt von Royal Caribbean gehört, außer als Tourist? Oder hast du die schon früher mal gehandelt? Nee, habe ich früher, glaube ich, nicht bewusst. Also es kann gut sein, dass wir die gehandelt haben, aber nicht wirklich bewusst. Mit Corona ist ja das Schöne gewesen, dass diese Aktien unfassbar unter Druck geraten sind. Das kann man hier sehen. Das ist 2020 gewesen. Die haben ja wirklich, wenn man das schaut, die war bei über 130 und ist hier auf unter 20 gefallen. Also unfassbar. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie wieder da ist, wo sie am Anfang war, spricht das einfach dafür, dass man ganz klar sagen muss, man muss wirklich, wenn man Investor ist, solche Chancen nutzen. Deswegen glaube ich auch immer, dass Investoren, die Angst haben vor Rezessionen und so, das macht ja gar keinen Sinn, weil hier wird das Geld langfristig verdient. Und wenn man sich mal den Bereich der Kreuzfahrt ein bisschen genauer anschaut, ich habe das letztes Jahr tatsächlich gemacht, ich war knapp zwei Wochen in Norwegen gewesen, werde jetzt auch übernächstes Jahr wieder eine große Kreuzfahrt machen. Letztes Jahr haben wir erstmal gesagt, machen wir erstmal eine kleine, um erstmal zu gucken, macht das überhaupt Sinn oder nicht, finde ich das gut. Und ich muss sagen, ich fand es sensationell. Wir werden es jetzt mit der Europa 2 machen, das nächste Mal. Ganz tolle Schiff, ich glaube 500 Gäste nur. Macht wirklich Spaß und da wird halt wirklich sehr, sehr viel Geld verdient, wenn man weiß, Mitarbeiter verdienen dort unter 1.000 Euro im Monat und müssen dafür schlanke 24, 25 Tage arbeiten, die haben einen Tag in der Woche frei. Und das ist schon krass. Die arbeiten 14 Stunden am Tag, da sechs Tage die Woche. Das ist für die ganzen Gesellschaften einfach ein Traum, dass sie unter Flaggen fahren, wo Arbeits- und Menschenrechte weniger eine Rolle spielen. Muss man nicht gut finden, aber so ist die Welt. Was sagst du denn zu RCL? Das haben wir unterschlagen. Was sagst du denn zu der Aktie? Ach, ja, wenn die Aktie noch etwas hoch macht, dann finde ich es gut. Also sie muss hier oben drüber, also ganz außer Frage. Also entweder hat man diese Bewegung schon mitgenommen, dann ist man weit vorne. Ansonsten ist das hier eigentlich die Benchmark hier oben. Weil da sind wir jetzt dran und wenn wir da drüber kommen, dann glaube ich, kann die Aktie auf ein komplett neues Bewertungsniveau steigen. Weil, wie gesagt, wenn wir hier zurückgehen, muss man ganz klar sagen, seit 2016 ist die Aktie hier mehr oder weniger acht Jahre jetzt nicht drüber gekommen. Wenn die aber da drüber geht, dann kann die ein komplett neues Bewertungsniveau erreichen. Wie gesagt, die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist unfassbar. Ich habe ja gerade gesagt, kann ich nächstes Jahr fahren. Das liegt nicht daran, auch dieses Jahr nicht, dass ich die Zeit nicht habe oder mir nicht nehme, sondern ihr bekommt keine guten Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen. Also die günstigen Kabinen könnt ihr alle bekommen, aber Kabinen im Hochpreissegment, Suiten sind für Jahre im Voraus ausgebucht. Also die verdienen unfassbar Geld. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn wir hier drüber gehen, dass wir hier sehr, sehr schnell richtig weit nach oben laufen. Das ist so eine perfekte Anwendung für dein Stop Limit, in dem Fall. Ja, dann gehen wir weiter mit Thomas. Der hat den Ticker C, D, N, S, C, D, N, S, irgendwas mit Chips. Aber der Cadence Design System, das Ding läuft ja jahrelang nur aufwärts. Ja, und hier sieht man ja auch, wenn man jetzt mal wirklich so das letzte halbe Jahr sich anschaut, die Aktie läuft nur nach oben. Ihr habt hier steigende Hochs. Gerade jetzt hier die letzte Bewegung, auch hier 20 Prozent von 250 auf 300 hoch. Jetzt hier die Korrektur, die sollte möglichst nicht weiterlaufen als hier das alte Ausbruchsniveau. Also 5 Prozent runter, ja, aber mehr auch nicht. Und dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, hier auch in die Aktien einzukommen. Dann so ein stabiler Wert von der Franziska. Und zwar, hallo lieber Mario, was findest du zu AdWords Life Science, dieses als Longportfolio ins Longportfolio zu nehmen? Das ist der Ticker EW, E-W. Ich glaube nicht. AdWords Life Science. Ja, ja, das ist das, aber so vom Trading her was zu sagen. Also vom Trading her nein, weil unter 200-Tage-Linie macht halt keinen Sinn. Ihr seht hier auch fallende Hochpunkte. Das heißt, die Aktie ist hier gerade im Korrekturmodus. Wenn die jetzt ausbricht, dann eher ja. Als Investment kann ich das nicht sagen. Ich beurteile Aktien fundamental überhaupt nicht, weil ehrlich gesagt, die Zahlen, die man oft sieht, die auch veröffentlicht werden, der Papier ist so geduldig zwischenzeitlich. Also ich schaue wirklich nur noch, was der Marktkurs macht, weil was ihr im Markt seht, ist ja das, was die großen institutionellen Pensionskassenfonds umsetzen mit viel, viel Geld. Und ihr seht, dass hier die Aktie ist, während sie hochgelaufen ist, ist auch sehr schön das Volumen nach oben gegangen. Jetzt in der Korrektur ist das Volumen nach unten gegangen. Das sind ja alles Dinge, die wir im Trading beachten müssen, wie sich bestimmte Dinge verhalten. Aber wenn die Aktie jetzt hier die hoch bei 80 rausnimmt, dann glaube ich, kann hier auch was passieren. Aber im Moment sind wir einfach im Korrekturmodus. Und die Frage ist ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt noch vier Wochen da drin bin und die Aktie läuft seitwärts? Dann kann ich vier Wochen kein Geld verdienen. Was ziemlich blöd ist, weil machen wir uns nichts vor, ich liebe Geld, ihr lebt wahrscheinlich auch. Das heißt, ihr braucht Momentum. Also ich warte lieber, bis die Aktie dann hochgeht, 5, 6 Prozent gestiegen ist und steigt dann ein, wenn Dynamik da ist, weil dann weiß ich, dann kaufen die anderen auch. Hier komme ich zwar vielleicht 5 Prozent günstiger rein, habe aber das Problem, dass ich nicht weiß, dauert das jetzt noch eine Woche oder dauert das jetzt noch drei Monate, bis die Aktie den Ausbruch macht. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, Dynamik zu kaufen. Hast du denn eigentlich schon eine Kabine für 2035 bestellt oder noch nicht? Nee, für 2035 tatsächlich da nicht. Aber wir sind jetzt bei 226 dran. Eine Fahrt von Miami über die Karibik hoch über New York bis nach Kanada und eine von Australien aus, dann auf die andere Seite von den USA zu reisen. Also hier mit ganz Hawaii und den ganzen Gedüngsel, 25, also 26 und 27 werden wir es machen, weil dann kriegst du gute Kabinen. Aber alles andere kriegst du nicht mehr, es ist alles ausgebucht. Stell dir vor, die Business Class von der Lufthansa wäre so ausgebucht, der Jahre hinaus. Ja, ja, das ist ein Riesenproblem. Ich fliege in zwei Wochen in die Karibik und tatsächlich, da wo ich hinfliege nach St. Martin, da gibt es nur eine Fluggesellschaft, die da hinfliegt und das ist Air France. So, und wenn du da jetzt keine Business Plätze kriegst, dann ist das eine ganz schön lange Anreise, weil du fliegst da 13, 14 Stunden hin, weil du über Paris fliegen musst. Ja. Also als Marge Lüttemann würde ich auch noch Business Class fliegen wollen, um es besser zu sagen. Ich würde mich dann nicht anstrengen. Ja, also ich sage mal so, wenn du einmal Business Class geflogen bist oder für etwas fliegst, du halt nichts anderes mehr. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist halt einfach eng. So, und das ist nicht nur eng für mich, sondern auch für meinen Sitznachbarn und das macht halt keinen Spaß. Und deswegen kannst du Business Class fliegen. Also ich bin jetzt ja Ende Februar fliege ich nach Dubai, weil unsere Geschäftspartner dort sind und du zahlst deinen Economy-Preis und dann zahlst du, kannst du mit deiner Kreditkarte, mit den Punkten zahlst du dann halt den Rest. Also das heißt, du zahlst wirklich ja nur Economy und den Rest machst du mit Gutscheinpunkten und kannst dafür Business Class fliegen. Ja, ich habe neulich irgendwie so ein YouTube-Video gesehen, da hat, was war das, die Münze in den USA, hat so Werbung gemacht, da konntest du kostenlos die Münzen bestellen per Kreditkarte und dann hast du irgendwie Münzen gekriegt per Kreditkarte und dann haben ziemlich viele Leute das benutzt, um auf die Kreditkarte die Meilen zu bekommen. Dann haben sie irgendwie mehrere Hunderttausend an Münzen gekauft, die sie dann einfach geliefert bekommen haben für Nullsumme und dann haben sie die wieder zur Bank gebracht, ja, aber okay, passt überhaupt nicht rein. Die Anja fragt mich vergessen, Fragezeichen, und zwar Coinbase, das wäre also Coin, C-O-I-N, der Ticker. Was sagst du dazu? So, also auch relativ einfach, wir sind zwar über der 200-Tage-Linie, aber ich habe das vorhin schon mal so kurz angedeutet, wenn Aktien grundsätzlich hier solche starken Rückläufe machen, hier ein Drittel an Wert verlieren, dann ist das schwierig. Der Aufwärtstrend ist gebrochen bei der Aktie. Die hat zwischenzeitlich einen Abwärtstrend ausgebildet. Kann man hier ganz gut sehen, hier herunter, hier rauf, hier runter. Hier ist das Chartbild einfach dahin. Was hier sein kann, ist, dass die Aktie hier eine Bodenbildung ausbildet. Ich sage mal, das ist so ziemlich die letzte Hoffnung jetzt für die Aktie, dass die Aktie hier so bei 115 tatsächlich ihren Boden findet, weil das hier die alte Ausbruchsmarke war. Wenn das nicht hält, sind wir auch ganz schnell bei der 100. Und dann geht das hier auch Richtung 70 runter. Das ist hier wirklich der letzte Punkt, wo die Aktie halten kann, wo sie jetzt ist. Wenn die hier nicht hält, dann geht es hier richtig, richtig bergab in der Vergangenheit. Also rein aus dem, was man 100 Mal gesehen hat, wenn eine Aktie so läuft, dann muss die an diesem Punkt halten. Wenn sie das nicht tut, wird es wirklich schwierig. Und wenn eine Aktie ein Drittel an Wert verloren hat, dann verliert die auch oft mehr. Das ist leider Statistik. Das muss jetzt nicht bei Coinbase so sein, aber die Statistik, wenn du das 100 Mal machst, wirst du wahrscheinlich 75, 80 Mal mit einem Short mehr Geld verdienen als mit einem Long. So, dann die zwei letzten Fragen, denn der Mario muss langsam los. Und zwar eins passt, der Thomas fragt nämlich, Frage an Mario, schaust du auch auf Indikatoren? Da können wir doch direkt auf den Sonntag verweisen, oder? Dann zeigst du das. RU100, man muss ja blöd sein, wenn man jetzt den Code nicht nutzt. Mario, zeig das mal. RU100. Ja, RU100 und dann über meine Webseite Mario Lüttemann und dann natürlich für Beginner Renita Unlimited. Und nein, Indikatoren, muss man ganz klar sagen, es gibt ganz, ganz viele Auswertungen zu verschiedenen Indikatoren über zehn Jahre hinweg. Wenn man sich die anschaut, man kann das mit einem Bloomberg-Terminal sehr, sehr einfach machen. Lässt man einfach das durchlaufen und guckt dann, was dabei rauskommt. Man kann ziemlich klar sagen, neun von zehn Indikatoren führen dazu, dass ihr euer Geld verliert. So, deswegen so Indikatoren mit Standardeinstellung, werde ich auch oft gefragt, machen das Institutionelle oder so jetzt mal ganz im Ernst. Die verwenden nichts von diesem ganzen Kram. Das macht auch alles überhaupt gar keinen Sinn. Sondern ihr müsst schon selber gucken, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Ist auch klar, wenn ich jetzt ein MRCD, was auch immer nehme, der guckt sich doch nur die Vergangenheit an und ihr bekommt den Stand, was war in der Vergangenheit. Der weiß nicht, was in der Zukunft ist. Wenn ihr aber eine Aktie findet, ich sage jetzt mal einfach, ihr nehmt jetzt mal Coinbase und wir gehen jetzt mal hier hin und die Aktie sieht so aus. Super stark gestiegen. Die Aktie hat 50, 60 Prozent nach oben gemacht, sogar 80 und 100. Dann wird die auch meistens weiter steigen. Und das ist ja dann auch passiert. Die ist dann von hier aus nochmal um 40 Prozent gestiegen. So, das zu suchen ist viel, viel sinniger, als auf irgendeinen Indikator zu schauen. Dann hat der irgendwie das alte Tief noch nicht erreicht. Der Indikator dreht nicht nach oben und die Aktie springt weg und ihr kommt nicht mehr rein. Also ich kann nur jedem raten, also wenn ihr wirklich traden wollt, dann beschäftigt euch damit und versucht es zu lernen und macht es nicht an Indikatoren fest, weil dem werdet ihr immer die Schuld dafür geben, wenn es nicht funktioniert. Aber wenn ihr beim Trading nicht erfolgreich seid, so hart muss man das leider sagen, ist derjenige, der vor dem Monitor sitzt, derjenige, der die falschen Entscheidungen getroffen hat. Also ihr müsst es wirklich richtig lernen. Letzte Frage, bevor wir das Bild dann sehen, im Sommer von dir, von dem Porsche, ist das Panamera 911er, was hast du da bestellt? Nein, ich brauche immer ein Auto. Ich habe ja damals mal, als ich 2000 unbedingt einen Porsche 911er kaufen wollte, habe eine Frau glücklicherweise gesagt, leihe dir den erstmal eine Woche, bevor du dir den kaufst. Und das habe ich gemacht und ich wusste, warum sie es gesagt hat. Sie wusste genau, also reinsteigen und fahren macht Spaß, das Aussteigen bei meiner Größe und Körpergewicht macht das keinen Spaß. Und ich fahre seit sieben Jahren jetzt den Cayenne, bin mega glücklich und bekomme jetzt den neuen Turbo Hybrid, der jetzt Ende letzten Jahres vorgestellt wurde und der wird dann im zweiten Quartal ausgeliefert. Alles klar, ich bin gespannt auf die Instagram-Bilder. Okay, wie immer, hat sehr viel Spaß gemacht. Da sind noch viel mehr Fragen. Allerdings sehen Sie es mir nach, wenn wir die alle durcharbeiten würden, dann wäre ich hier bis 21 Uhr noch unterwegs. Nächste Chance am Sonntag, was Trading-Fragen angeht, bei Rendite Unlimited. Wenn du Lust hast, kommt einfach mit dazu. Würde mich freuen. Ja, der Bernd sagt mega, vielen Dank. Ja, das kann ich nur bekräftigen. Der Bernd sagt auch hier, ein anderer Bernd sagt vielen Dank bis Samstag. Alles klar. Ja, dann dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Mario. Dir auch, Dominik. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.